Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Snacken durch. Diesmal mit dem 2D Hack'n'Slay Hack'n'Slash Spiel Hard Evils. Also Hard vom Herz. Also Abgrund des Herzens. Herzensabgrund? Abgrund des Herzens ist wahrscheinlich die bessere Übersetzung dafür. Und ja, wie gesagt, es ist ein 2D Hack'n'Slay von der Seite. Und auf bezieht sich da natürlich auch so ein bisschen die Frage, was haltet ihr von solchen Spielen? Also Hack'n'Slay, sowas ist ja eigentlich sowas wie Diablo und so weiter in der Richtung. Titan Quest und sowas. Grim Dawn und so. Genau, all diese Sachen halt. Und gerne taucht sowas ja auch mal jetzt als 2D Spiel von der Seite auf. Wie so ein Jump'n'Run mit mehr Gewalt. So, gewalttätige Jump'n'Runs. So und ja, wie steht ihr denn so dazu? Also sagt ihr denn, ja, nee, so ein Hack'n'Slay muss immer so top down oder so eine schräge Perspektive haben. Sonst ist das kein Hack'n'Slay Spiel und sowas. Oder Hack'n'Slay. Genau. So, ja, wie seht ihr das denn so halt? Also ich sag mal, es ist, also die klassischen Hack'n'Slay, Hack'n'Slay Spiele sind ja eigentlich immer so diese schräge Vogelperspektive und sowas wie Diablo oder Pass for Exile und so weiter halt auch. So, das ist ja so diese klassische Ansicht. Aber ich denke, dass das Genre kann man auch anders optisch darstellen. So, also so 2D-Ansicht von der Seite und so weiter, so ein bisschen gemixt mit Jump'n'Run und so weiter, das ist, meine ich, nicht unbedingt schlecht. So, es gibt ja auch Doom-Mods zum Beispiel, die ja Diablo kopieren. Nach und nach testet man sich da ja ran und so weiter. Und wenn man es genau nimmt, ist Doom Eternal, dadurch, dass man ja im Grunde die Monster Glory killen muss und so weiter, um halt zum Beispiel gewisse Sachen zu bekommen oder mit der Kettensäge zerstückeln muss, um, äh, ich glaube, es waren Lebenspunkte mit der Kettensäge, ne, oder was, Munition? Na, ein zu beiden auf jeden Fall. So, das ist ja auch schon so ein bisschen Hack'n'Slay, Hack'n'Slay und sowas halt, ne. Ähm, es ist also, ich glaube, wir sollten sowieso die Zeit hinter uns lassen, wo man halt sagt, so eine Ansicht, äh, äh, Genres müssen in der und der Ansicht sein. Das ist, glaube ich, schon lange vorbei halt, so. Muss man sich mal von loslösen. Ähm, und ich sag mal, ähm, deswegen funktioniert das auch Hack'n'Slay, Hack'n'Slay und sowas von der Seite. Also, meiner Meinung nach, alles gut halt, ne. So, und, äh, aber vielleicht seht ihr es ja auch noch anders und sagt halt so, ne, ähm, jedes Genre hat halt so seine Perspektive und das muss auch so sein für mich, weil sonst ist es irgendwie doof. Was ja auch völlig in Ordnung ist halt, ne. Wie gesagt, jeder darfst du seine Meinung haben und sowas, hausbar in den Kommentaren, ne, ob euch das irgendwie hier stört oder nicht stört und ob ihr sagt, ach komm, ich weiß, egal halt, ne, hausbar, das Spiel ist cool und so halt, ne. Ähm, weil, guck mal, es gibt ja auch Adventure und Action-Adventure, ne, obwohl ein Action-Adventure ja eigentlich ein Adventure-Adventure ist. Ohne das Point'n'Click, dafür mehr mit mehr Action, während ein Adventure, ja wiederum weniger Action, hat aber Point'n'Click und irgendwie vermischen sich ja die ganzen Genres auch, ne. Ähm, ja, deswegen denke ich mal, das ist schon in Ordnung. Und man könnte hier zu Hard-Advent vielleicht auch sagen, dass es ein Hack'n'Slay Hack'n'Slash Metroidvania ist, irgendwie so. Also, ja, also, ich hätte die Frage anders stellen sollen. Wie, wie steht ihr gegenüber solchen Vermischungen von verschiedenen Genres halt? Stört euch das? Findet ihr das gut, ne? Haut es unten in die Kommentare. Ich habe eigentlich kein Problem damit, ähm, insofern, dass er auch stimmig verarbeitet wird, sag ich mal, ne. Es ist halt irgendwie Mist, wenn das, ja, wenn das, wenn das so hingeklatscht wirkt, so, keine Ahnung, irgendwie ein, ähm, Ja, ich, ich will einen Ego-Shooter wie Doom machen, aber kombiniere den irgendwie mit einem Jump'n'Run, oh, das gibt's auch, es gibt ja einen Doom-Jump'n'Run, ne, verdammt. Hahaha, egal, haut's einfach in die Kommentare. Verdammt noch, Heinze. So, mal umschalten hier, zack, zack, Xbox-Controller funktioniert, Playstation soll auch funktionieren. Wir gehen mal hier in New Game. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben Standardschwierlichkeitsgrad, wir haben Kira. Okay, ist, äh, Lebenspunkte regenerieren sich nicht. Und wir haben Akuma, ähm. Okay, ist ziemlich heavy. Also, mehr oder weniger Hardcore-Monus, ne. Soll man das Spiel schon kennen und so weiter. Genau, wir machen aber erstmal, wir machen mal Standard. Testen jetzt hier, ne. Genau. Manchmal, manchmal werden deine Träume wahr. Und du bekommst das, auf was du so lange und hart hingearbeitet hast. Aber bist du, bist du bereit dafür auch zu zahlen, den Preis zu zahlen? Prolog. Was haben wir uns denn gewünscht? Was haben wir bekommen? Und was ist der Kostenfaktor? Was müssen wir machen? Oh. Bruder! Bruder! Schau dir an, was sie mit mir getan haben. Oder was sie, was sie mir angetan haben. Du bist niemals gekommen. Oh. Unangenehm? Sind wir das? Schlafen wir? Ist das ein Video? Okay, der pendelt gleich ein, da vorne. Ich kann nichts machen. Okay. Was machen wir denn da? Er hat mein, mein Heizband zerbrochen. Okay, ich fühle meine Kraft. So, jetzt seid ihr alle, ihr seid alle des Todes. Oh, das war der Tür. Achso. Oh. Okay. Staschen. Spreng, jo. Oh. Shit. Okay. Ah. so dann haben wir die oh nein direkt natürlich so was hier war ja ja klar auch wenn wir haben die regeln mit lebenspunkte ja alles klar warte wir haben auch noch so alles gut in the air jump kick den lieber so ich hab nicht auf die lebenspunkte geachtet ungünstig wie können wir das mitnehmen gar nicht okay das ist lange her dass ich so eine so ein massaker mit erlebt habe so deine schwester leon frag doch mal den meister dieses hauses sein quartier ist ganz oben im gebäude weg ist er ghost man hier nochmal zurück ist hier noch was ne ok also ganz nach oben auf die haben wir gedeadpoolt haha uuuh aaaah man shit näste Bögengei da war ich nicht mehr im Boxen uuh ok die Böbeschütten sind üved was er ja safe game ok na gut uuh shit haha haha ok gut wir wollen die das Messer noch mitnehmen oder ich ok komm das war cool oh da ist noch einer naja war noch einer also manche manche Moves sind schon ganz schön nice hier kann man da durch auch ein lustiges Detail auch ein lustiges Detail wie der Pfeil da drin steckt das gefällt mir ja können wir hier hoch? ne ach da ne 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 Soll ich es noch ein? Ja. Okay, ähm, ach so, ah ja, okay, double dash. Auch klar, oh, ah, ich hab mich angestochen hier, angeschossen, wie auch immer, oh, ha, oh, das war der neue Weg, ach so, wir sind out of power zwischendurch, oh, da bin ich wieder erwischt, oh, okay, das war komisch. Oh, 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 warte, da sind wir hier drüben, warte, Lieben die, oh, 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 die Eine artistsch Access haha Bisschen Was war denn hier drüben? Ha! Komm mal rüber hier! Zack, zack! Komm mal hier hoch Oh Shit, das geht durch Das hab ich mir gerade ein bisschen besser vorgestellt Irgendwie Ah, diesmal hat es geklappt Ok Das Etage hier Oh! So viel fiese Stacheln hier Achso, ok Oh, 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 oh Huuuuh Achso Kann man da durchtaschen? Ah, oh! Sehr gut Weg, weg, weg Weg Oh, Mist Da hat er mich erwischt Auw Au 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 oder ein paar bandage damit oder so heilen alle schmerzen aber mori ist schwer zu bekommen also aber die familie des meisters hier war freundlich genug oder oder gönner gönnerig genug und eine flasche oder die eine flasche davon zu geben okay so ja chef der sicherheit der masterfamilie wahrscheinlich im bosskampf oder so gleich das sieht aus als ob es aber mori war ja das ist das zeug wohl gewesen gut okay haben wir mitgenommen man kann da irgendwas machen warum sieht der fußboden so komisch aus wo wir schon so eine flasche war es mit hier sind hier sind es wasser oder nein ja ja ich habe noch rein ok das war jetzt nicht ganz so schwer wie es aussah Oh, was ist der Sound für einer? Der sieht gefährlich aus Hier kann ich da eigentlich einen trinken, achso Aha Oh Oh Nochmal einen laufen wir Okay, das, achso Okay, jetzt messt er hier die Zeit Sechsmal gestorben 22 Kombos Oh, sogar mit Punktebewertung und sowas Interessant Irgendwie geht es uns nicht so gut Ja, ich fühle mich nicht so gut Okay, alles klar Ich schaffe das Ich bin noch nicht fertig hier Los, schieß auf mich Sei kein feiges Huhn Ich bin mir nicht sicher, Kumpel Mann, Mascha, Mascha Schieß mich, schieß, schieß Okay Äh, Kumpel Oh Fox Das ist deine Schuld Achso, ist es so Naja, gut Schau mal, wir können die Projektile abwehren Okay Was soll über das denn Was soll über das denn Da kommt Wasser Okay, ist da wieder so'n Oh Oh, oh, weg da Oh Ha Heftig Eine Schlitte Irgendwie sowas, ja Oh Oh Huhu Oh Das Achso können wir wieder raus Ist das Blut eigentlich wieder weg jetzt hier? Wo? Äh, nicht ganz, ne? Löscht nicht alles Blut Wow Ja Achso Ja Mist, Lumpel Ah, Schi Ja, okay Wir können sie so scheinbar nicht so einfach zurückboxen Nein Was ist denn los? Okay Okay Gibt kein Sessen Oh War da eine Bombe? Oh, hat er Explodiert Ha, ha, ha Wuhu Da explodieren diese Mistklumpen, ey Oh Pfff Pfff Oh Aua Oh Okay Okay Niemand muss sich die zücken Ist vorbei mit Uua Pfff Ist vorbei mit Los nicht Oh Ich brauche Energie Irgendwie Irgendwie Oh Ah nein Äh Warte mal Wah Shit War hier ein bisschen verwirrt Wo ich hier bin Aber ne alles gut Oh oh so nicht Diesmal komm ich nicht mit nur 6 Toden davon Ha Oh 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 Ich weiß nicht ob die explodieren Schau mal nicht okay Oh Sehr geil Also die Stage gefällt mir viel besser als die erste Ähm Ähm So dann Ne 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 Muss ich nochmal genauer üben Oh 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 Bombe Hahahaha Hahaha Ah wie cool Sorry Sorry Ne 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 Oh, Bombe, was ist weg? Oh, ah shit, die habe ich nicht erkannt, rechtzeitig. Genug. Ah, Mist. Oh, 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 falsch. Oh, oh, Mensch, wo ist der hin? Ah. Jo. Das war ja auch wieder nicht gut. Er wischt ja. Oh. Huch. Oh. Dich. Oh. Weg, nass. Wo ist der denn? So. Jetzt aber. Irgendwie, wenn man getroffen wird, dann versagt der Stick hier. Irgendwie bleibt man dann stehen, glaube ich, für ein bisschen. Oh. 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 Shit. Ah, da habe ich auch Fuß erwischt. Was ist denn jetzt einfach mal? Warte mal. Oh. Oh. Also auch gerne überall hängen bleibt, das muss ich auch nochmal üben. Oh. Shit. Lebenspunkt der weg. Oh. Oh, weg. Ah, ihr Mistlumpen. Ja. Oh. beschützen. Die Wache beschützen ich auch mal. Oh. Okay. Das war jetzt leichter als gedacht. Am Anfang muss ich ja sagen, war ich doch etwas skeptisch. Aber es macht super Spaß. Wow. Achso. Alles gut. Ich kann ja auch das schon ganz vergessen. So. Hahaha. Warte. Warte. Wo geht denn das da hinten hin? Ah. Mensch. Kann man da hinten? Warte mal. Warte mal so. Oh. Die armen Bauern da, warte. Die Geister, wir können irgendwie so wirklich, wir morden die einfach ab. Oh. 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 Boah, schon wieder. Ich weiß gar nicht, weil das die da ist. Dass wir schon so dicht dran sind. Okay. Ich glaube, wir sind... Ich glaube, wir sind abgestürzt. Wir haben die Demo gecrasht. Ach, verdammt. Hahaha. Hm. Linke, was hast du? Ja, wir haben die Demo gecrasht. Upsi. Ja, ja, ja. Scheint abgestürzt zu sein. Ne, gut. Also, ich muss sagen, die... Das zweite Level... Das zweite Level hat mir richtig gut gefallen. Das erste war... Es war nett. Es war okay, so, ne. Die Musik war auch ganz stimmig. Wahrscheinlich war die viel zu laut. War auch ganz stimmig, so. Aber irgendwie... Irgendwie kam der... Kam der... Der Fan noch nicht so richtig rüber. Wisst ihr, irgendwas war da... Das hat noch nicht so geballert. Ne, so wie ich mir das vorgestellt hab. Ne, als ich das dann so gesehen hab und so, dachte ich so... Oh, das ist das also... Ja, als das vorgestellt wurde auf Steam und so weiter da... Und man sich für die Beta anmelden konnte und so weiter und so fort... Dachte ich schon... Oh, das wird bestimmt noch richtig gut abfetzen hier oder so halt. Ne, irgendwie... Das wird richtig gut werden. Ähm... Hack'n Slash, Hack'n Slay. Wir kommen da durch. Die Gänge fetzen, alles wegballern. So, goh... Ähm... Ja, und irgendwie... Ja, es war ein bisschen sowas. Es kam halt nicht so rüber, wie ich... Wie ich dachte, das ist, ne. Das ist halt. Ähm... Aber ja, jetzt, äh... Muss ich zugeben... So, die zweite... Die zweite Map... Das zweite Level... Das war auf jeden Fall wesentlich geiler, ne. Das war auf jeden Fall wesentlich geiler. Da die Mucke war... War cooler. Äh... Die Action war cooler. Auch mit dem weißen Hintergrund, da die weißen Wände und so weiter. Da sah man das Blut natürlich viel besser drauf auf. Es hat besser geklappt mit den Special Kills und so weiter. Das... Die Action war auch schneller. Das war dann auch sowas halt, ne. In der ersten Map war die Action auch irgendwie so... Ja... Ne, so ein bisschen lahm, irgendwie... Ich weiß nicht, ne. Also, fand ich nicht so... Hat mich nicht so überzeugt. Aber die zweite Map, die hat dann doch auf jeden Fall Spaß gemacht. Mich überzeugt und so weiter. Und, ähm... Ja, mal schauen. Also, ich will es im Auge behalten, das Ganze, ne. So. Und wenn ihr das selber ausprobieren wollt, Link ist es in der Videobeschreibung. Könnt ihr die Demo... Äh... Warte, ist es eine Demo? Ne, warte, ich hab mich ja angemeldet für die, ne. Ja, ihr könnt euch für die, für die, für die Beta da noch anmelden, ne. Eventuell werdet ihr noch zugelassen. Müsst ihr mal gucken, könnt ihr mal testen. Genau. Ist einfach auf Steam. Da, Link ist in der Videobeschreibung draufklicken und dann geht's los. Ähm... Und, ähm... Genau. Erscheinen wird's. Ist noch nicht so ganz klar. Aber irgendwann... Oh gut, bald verfügbar steht das. Kann halt irgendwann sein. Aber es macht auf jeden Fall Laune. Wie gesagt, die zweite Map war ziemlich cool. Die erste hing so ein bisschen, ein bisschen durch, finde ich, ne. Aber, aber gut. Äh, wenn man hier so die Bilder auf Steam durchguckt, wird's nachher noch kurz noch in den Wald irgendwie und solche Sachen da. Und, ja, das wird, glaube ich, noch, noch ganz, ganz nice. Wenn man das so ein bisschen übt mit dem, mit dem verschiedenen, ähm... Ne, das, was ich immer hatte mit dem Schwertwerfen und wann man welche Sachen wegtreten kann und all sowas. Dann kann man da, glaube ich, noch eine ganz, ganz geile Action-Fun-Nummer mitmachen und sowas. Also, ich finde, auf jeden Fall sehr gut, ne. Das war Hard Abyss. Und, ja, Abgrund des Herzens, ne. Doch, ich glaube, Abgrund des Herzens ist grob übersetzt ganz gut so. Ja, weil es auch irgendwie darum geht, dass unsere Schwester da ja entführt wurde oder so. Und, 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 ne. Wir irgendwie nicht kamen, um sie zu retten. Irgendwie sowas. Ne, mal gucken. Also, da ist wohl schon eine Geschichte hinter, ähm, die relativ, ja, unangenehm ist. Sag ich mal. So, und dann ist es wahrscheinlich auch schon legitim, dass wir da einfach alle, alle wegschnetzeln. Na ja, geiles Ding auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Ähm, es ist jetzt kein, kein Hack'n'Slay, Hack'n'Slay und sowas wie, wie, wie Diablo und Co. Ne, geht auch nicht darum, irgendwie großartig Sachen zu looten oder sowas. Ne, das ist eigentlich, eigentlich ist es eher ein 2D, ja, Sidescroller, Brawler, so, so ein bisschen so mit, mit, äh, äh, mit Gemetzel halt, Faktor. Ähm, aber ja, trotzdem cool, gefällt mir gut. Äh, es ist also doch eher ein, ja, ähm, Jump'n'Slash. Oh, das ist gut, ein Jump'n'Slash. Weil springen wir viel, in Slashen tun wir auch viel. Passt schon, ne, genau. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, äh, dann abonniert den Kanal, wäre auch ganz cool. Kriegt ihr mal Bescheid, wenn wir irgendwas Neues hochladen und so weiter hier, ne. Und folgt uns auch gerne auf zum Beispiel Twitch oder Twitter oder Instagram. Überall zu finden unter Slashplatte Brain. Auf Twitch sind wir unterwegs, montags und mittwochs, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine Stunde. Und, äh, sporadisch halt auch Freitag, Samstag und Sonntag, deswegen lasst ein Follow auf Twitch da, dann kriegt ihr wahrscheinlich, wenn wir da online gehen. Und, ähm, ja, wenn ihr so ein bisschen Gemetzel für den hauseigenen Küchentisch haben wollt, der kann sich gerne unser eigenes Spiel angucken. Totenstadt, was ihr hier findet unter www.blattenbrain.de und www.totenstadt.com, inklusive Regelwerk, Beispielkarten, Demo-Videos und so weiter und so fort. Genau, www.blattenbrain.de und www.totenstadt.com. Gut, ja, dann sagen wir danke fürs Zuschauen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschuhu! Achso, halt, ha, fast vergessen, ne. Also, ja, ich, äh, also Genres, die sich mischen und so weiter, ist schon in Ordnung, es muss halt nur stimmig passen und so weiter halt, ne. Es darf halt nicht zu komisch sein, irgendwie, dass man denkt so, hä, ja, was willst du denn jetzt sein, ein Adventure oder ein Actionspiel, äh, was ist es denn jetzt halt, ne. So, ähm, ja, und wie gesagt, solche, solche Slash-Metzelspiele, so 2D-Variante von der Seite, wie steht ihr so dazu, ne, haut es mal in die Kommentare. Und, äh, ja, nun bin ich auch raus hier. Tschülü!